So, heute spielen wir gegen Braunschweig, ja, Derby-Timer wieder und ich will heute gewinnen Weil, ist halt so, ist halt ein Derby, da muss man gewinnen Das ist Pflicht und los geht's Mein einer Freund sagt auch, ich soll nicht Braunschweig sagen, ich soll Kackstadt sagen Ähm, da denke ich mir nur, warum sollte man das sagen Ich meine, Braunschweig ist auch ein ganz normaler Verein Ich weiß, dass die Fans sich nicht so gut untereinander verstehen Na, aber, muss man auch nicht irgendwie wie ein Quatsch sagen Aber, ist halt so Ach, Mist So Na, komm, Action hier So Stindl Insignal Über zu Niang Niang bekommt den Ach, Übersteiger klappte wieder nicht So, haben wir, sehr gut Marcelo Coco So Dann sieht man Zu Juve Juve kommt da nicht mehr dran Nein Okay Haut er den Ball erstmal weg Aber, ist auch wieder kein Problem Na So Bakali bekommt ihn nicht Oh, Bakali Ich nenne ihn jetzt einfach Bakali Also Ich sehe jetzt aber, weiß ich nicht, wie man seinen Namen ausspricht So Aufgepasst Sakai macht das gut Aber auch da bietet sich wieder niemand an Yang Bakali Obwohl ich Ich hab mir ja den ja Ähm Bei Real Madrid geholt Da geht er deutlich mehr ab Als wir hier in Hannover Oder bei Hannover Oh Da hatte er schon Nach einer Saison Stärke Eine Stärke von 76 Hier hatte er eine Stärke Ähm Nach einer Saison Von 74 Also Hat man schon einen Unterschied Ne Schmiedebach Macht das auch wieder gut Aber Nicht gut genug Deswegen gibt es echt mal Schwindel Ab nach vorne Doch nicht so Beschissen So Sakai Jetzt ist da die Lücke Zieler hell Sehr gut Wo Bakali Nur mal rüber Zu Bakali Krieg er den Ne Kommt doch nicht hin Zuweilen So Stindl Insignal Das war mitten In einer Flanke Schuf bekommt er nicht Aber es gibt einen Elfmeter Sehr gut So Da komm Eiskalt Von Bakali Easy Er schießt sonst immer nach rechts Da wusste ich schon ganz genau Dass der Torwart nach rechts springt Und dann wollte ich eigentlich nach links schießen Dann habe ich gedacht Gabriela kann natürlich auch nach links Nach links springen Weil ich die letzten Elfmeter ja auch verkackt habe Also Habe ich den einfach mal ganz Easy in die Mitte gehauen So Mamjouf Kriegt den Ball nicht Ist aber kein Problem So Also noch nicht Ah Sané Rüber zu Insegnen Sehr gut Rüber zu Jouf Aber Jouf Bleibt stehen Der Ist einfach nicht weiter gelaufen So Ach Mist Erklären Rüber Zustände Stindel Macht den nicht Schön gehalten Und Ob Bekommt Eine gelbe Karte Okay Niang Und Mamjouf 2-0 Sehr gut Kopfballtor Ja Einer Einer trifft ja Entweder Jouf oder Sané Beide sind ja Kopfballstark Deswegen Kein Wunder Jetzt einmal hier Wird Wird nix Oder Doch Jouf Ne Schon Schon ist der Ball wieder weg Ich hab Da gab das Five Der ab War doch nicht Oh hier Niang Niang Und haut ihn rüber Oh man Schade Egal 2-0 Führung Nehmen wir mit Und Halbzeit Und weiter geht's So Am Jouf Schafft sich den Ball Zack Ja Wäre wieder herrlich gewesen Wenn der durchgekommen wäre So haben wir Rüber Marcelo Im Sturm Wird aber schon gezogen Also Wird auch ein Elfmeter wert sein können So Ein Wurf Nicht für uns Komisch Hab ich ihn noch angeschossen So Sehr gut Niang Ach Mist Da wollte ich Schwimmpass Zu Bakali Ja So Ein Schönen Passt Spielen Aber Aber Wir haben Hauen Schweiger Im Weg So Was machen Die Schon Wieder Oben Läuft Er Und jetzt Nicht Mehr Ach Mann So Da kommen Die müssen wir Jetzt Hier Kriegen So Vor Vorne Da kann er sich aber auch ein bisschen mehr in 2 kmv und aber naja kann man nicht ändern ein bisschen mehr körper stärke körper stärke beweisen mein gott Aber das selbe hier Mann Fängt er natürlich ab War ja klar So Haben wir Keiner nimmt demnächst und jetzt rüber zu Barkaldi aber Barkaldi hat nicht mehr genug power sieht man schon muss ich gleich mal auswechseln Ja Ja den wechsel ich jetzt aus So Ich darfst du sehen noch verletzt das wollen wir nicht So So dann kommt noch mal Roma Ohnodriges kommen Und Dongu So 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 Wechseln wir einmal und dann wird das passen 71. Minute Ja Sagen wir natürlich ordentlich pace ne Vorne mit dem Sturm Aber so muss das So muss das Das war schon mal nicht Grun Ja Schmiedebach Sehr gut Immer schön reinkrätschen Hauptsache der Gegner kommt nicht vor's Tor So Erstmal hier pace ne Digga Digga Und es gibt einen Eckball Sehr gut Und die Braunschweiger wechseln nochmal Wo wir aber nicht sehen Flanke Wird nix Finesse Shot Komplett daneben Egal 80. Minute Ich denke mal da wird nicht mehr groß was passieren Aber wer weiß Hier ist alles möglich Schon eingesetzt Von Spiegelbach Aber Da kann er Passt nicht an So Okay Mach das auch ganz gelassen So Haste sich durch Man Unser Obama Young Alter Diese ganze Finesse Schüsse Die kannst du ja in die Tonne treten Oder in die Tonne hauen Das ist Unglaublich Die gehen alle Nur daneben Was ist denn jetzt Der schöne Angriff wurde abgebrochen Wieder daneben Mein Gott Das ist wirklich schön Finesse Schuss Ich hab noch nicht Einen Finesse Schuss da Wirklich Verwerten können Nur nicht einmal Eine Katastrophe Das ist ein Elfmeter Nicht ein Ernst Scheiße Mann 2-1 Ist voll unnötig Wo uns ein Elfmeter Gab Weiß ich auch nicht Scheiß Gegentor Ey Man ist die ganze Zeit Die bessere Mannschaft Und dann kassiert man Noch so ein Gegentor Was vollkommen unnötig Ist Unnötig Ey Naja Wir gewinnen auf jeden Fall 2-1 Und ja Das war es dann auch schon wieder Mit der Folge Und dann sehen wir uns im nächsten FIFA-Pavilla Also bis dann Und dann sehen wir uns im nächsten Fall Und dann sehen wir uns im nächsten Fall